Ich auch, einmal hat es mich jetzt niedergelegt. Ja, du bringst sie wieder zu mir, glaube ich. Es gibt keinen anderen Weg, was soll ich machen? Ja. Ich tue mal das Tor anheben, die Plätze von hinten. Nein, weil da ist eine Tür dazwischen. Die müsste man entriegeln, dann könnte man da auch durchgehen. Wenn es dann aber zu dir schafft. Oder nein, der kommt zu mir. Ich bin vom Psychohaberer davon gelaufen. Muss man entriegeln? Da muss man entriegeln. Die Tür da meinst du? Ja. Oh, da kommt einer. Boah. 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 Steckt mir noch was. I have to go. I have to go. I have to go. I have to go. wo er lebt aber ich glaube er ist wieder zu hektisch rennt nämlich schon drei mal in den selben gegner das sich erotiert so wir kommen jetzt Richtung garage außer da kommt jetzt noch einer weg dahinter entgegen da hinten ist er noch auch genau zu mir ich warte auf morbert du mach dabei weiter ich versuche gleich den hinteren generator zu machen da kam genau jetzt an die Kurve ihr mama was here to see you die ja 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 Ist das nicht weg? Läuft los? Ja, direkt auf mich. Ich bin auf mich. Was sind direkt auf mich? Was ist los? Ich bin nicht klein, wo du bist. Ich bin froh, dass du es machst. Jetzt jagen mich drei Gegner. Ich bin froh, dass du es machst. Du pool für Murda! Shh! Ich bin mit dem ersten Generator jetzt. Ich brauch nur ein bisschen Zeit noch. Ich komm gleich, ja. Ich mach den Treibstoff, den hol ich. Bist du so gut ne Patent, ne neuer Patent brauche ich. Ja und ich nicht. Bist du nicht stecker. Erster Generator läuft. Er ist auch bei mir irgendwo. Der Havi. Ich komm gleich wieder her. Muss leider weg. Ich gucke irgendwo hinten links. Ich gucke mich. 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 Ich hab das auf Schof, ich hab das auf Schof Ja, aber da kommen ein Geek-Nugler Geh-Nugler 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 Du bist wieder bei mir? Mann! Hast du zwei Räume wartet jetzt? Ich halte die Tür auf. Aber da steht irgendwo ein Gegner genau vor der Tür. Ich bin da. Danke dir. Du bist sehr stark. Ist jetzt sehr stark alles. Ja, ich warte halt nur auf Norbert, glaube ich. Ich komme da nicht raus. Nein, das ist eine gute Idee. Ich gehe zu 11 vor. Ja, unten war jetzt sehr stark. Jetzt nehmen wir das mit den Schlüssel. Ich glaube, das Schieben wird schwer und dann das Abbrennen. Das Kurbeln wird das Schwierigste, glaube ich. Also das Puzzle. Ich gehe auch da drauf. Kommt. Wir sind unten fertig. Ich halte die Tür auf. Dass du gleich durchlaufen kannst. Wir sind offen. Oha. Okay. Kommen ich, ist aber noch dort. Dann? Nein. Die Anzeige war, als wenn du unten wärst. Ah, da oben. Der erste Schlüssel ist dein Herz. Hinter uns, hinter uns. Nein, das ist der. Du musst auf den Boden schauen. Der liegt da die ganze Zeit schon. Warte. 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 Da kommt einer. Hat er gesagt. Du rennst wieder in den Rhein, Norbert. Das gibt's nicht. Ich dachte, das macht er nur einmal. Nein, er macht das jedes Mal. Töne. votes 1 Wo ist dein Kopf in Regen? Die Jungen, schaube mir. Wo ist das? Jetzt gehen wir. Die Wände gathered und sieben. Hier würde es runter. érieur auf! physically. Ja. Boah. Ich schaue, ich hatte diese falschen Dudes. Ja, die sind echt lästig. Weil, die wissen noch... Viel zu oft kommen die. Das Problem ist, die wissen noch mehr, wo du bist, habe ich das Gefühl. Als die anderen Gegner zum Backworld. Das habe ich wieder entdeckt, Alex. War gerade unter Psychose, ich habe nichts gesehen. Ich brauche dann so ein Psychose-Dings. Nein. Mann, wer hat's? Nein. Ist das? Gut. Wenn du dir jemand raussehst, mit Dietrich kann ich was auch machen. Na, Dietrich habe ich auch. Nein. Danke. Bitte? B heart mich nicht Nein, wie geht es? Es wäre here. Es wäre hier. Ja. isn't? Ja. Nein. Das war's für heute. Der Fall ist natürlich zurück, glaube ich. Wir müssen dann schauen, was wir für Schlüssel brauchen. Ich bin noch nicht ganz aufgeladen mit der Heilung. Ich bin noch nicht aufgeladen. Ich bin noch nicht aufgeladen. Halt mich auf. Ich bin noch nicht aufgeladen. Und bin ich denn in der Batterie?? Nein, nein. Weil das hier auch schon verzweifelt. Da sind nur ein Schreier. Alter, was träfft der mich an? Die ist so... Die wurde an der Garten. Ganz groß ist der Schreier. Im Buxer. Da sind wir vor, bis unbedingt zu schätzen. Kann ich mich jetzt geben. Alex, kommt da. Ja, kommt da. Robert, komm zu uns. Da kommt einer, glaube ich. Ja. Wir müssen dann echt schauen, was für Schlüssel wir brauchen. Krone habe ich schon entdeckt. Er kommt gleich, da ist ein Gegner. Achso. Der ist wieder zurückgegangen, der uns entgegen kommt. Ich weiß halt nicht, wo man das sieht. Ah, da hinten ist glaube ich einmal Schlüssel. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das sieht. Auf den Bildschirmen. Der war vielleicht ein Bildschirmen. Ah, rechts sind drei Bildschirme. Müssen wir jetzt Auge, wenn wir das jetzt haben, dann gibt es nächste. Aber wir müssen davor noch eine Tür öffnen. Wir sind schon ein Übersprung. Da ist sie. Da ist sie. Da ist eine Pop-Tür. Ach ja, ich durfte aufmachen, weil da hinten ist ein Dreck in Norda. Oder. Plus Norda. Du hast sie gebsen. Ich will sie finden. Du hast den Klingel drin zu der anderen Tür. Fertig. Ah, haas er? Okay. Jawohl Schatz hier. Habt's. Dann geh ich mal das Auge hier suchen. Bei der Tür. Okay, let's do it. Manchmal hört er auf oder wenn du so ne Vorrichtung hast. Was hast du mit Kompetenzen hatten, Norbert? Der macht genau diesen Kasten auf. Der macht genau diesen Kasten. Ich hab den Hasen. Ich hab den Hasen. Aber, wer ist der Kastenkreuz? Ich finde das Auge nicht. Jetzt sagt man dahinter, dass ich das Kreuz an von... ... oder wenn Leiche durchsucht, vielleicht jetzt. Ja, nur weil die Leiche ist nicht der Hinweis, Norbert. Die Leichen sind dort, wo wir den Schlüssel finden müssen. Die Hinweise sind die Bildschirme. Ich bin da weg. Ich bin da weg, nicht nur die Läge. Ich bin da weg. Abschütteln Ich suche Die Überwachungskameras sind in der Fahrt So Ich wehträg den Herrn Schussl nicht in den E-Port Hallo, mein Kuh Das ist ein Schuss Das ist ein Schuss Ruhiger Das ist ein Schuss Schuss Das ist ein Schuss für dich So wir haben bis jetzt das Auge, an den Hafen und zurückseite, gell? Ah, das habe ich ja. Stern, hast du? Das ist für dummes Auge. Da ist dann eine Rote. Nein! I'm a fucking god! Hast du gar nicht eine Reine durchsuchen? So, die kommen gleich zwei Gegner. Bei mir? Ja. Dann habe ich den markiert und der andere ist zwei Meter vor ihm. Du siehst das? Okay. Warst du da in diesem Office-Raum schon, wo ich jetzt stehe, da drin? Weiß ich nicht, ich bin gerade unter dem Telefon steckt. Ja, was? Der ist nämlich da. Was denn ist durch die Technik? Okay. Dann kommt er wieder durch die Türke. Nein, passt. Äh. Ach, hier ist das gar nicht. Licht abfühlen. Bitch. Nein, ich glaube da war ich noch nicht. Nein, da war ich schon nicht. Ach so. Oh, wo war der? In mir? Ja, direkt neben dir. Oh, da ist vielleicht auch eine Puppe. Ja. Dann hat er nämlich gehört. Ich dachte... Wollen wir da die Tür öffnen? Achtung, er hat uns irgendwo gehört. Du bist nicht los. Mach das? Ja, ich bin glücklich. Nein, da ist mir... Nein, ich bin glücklich. Das waren da. Nein. 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 ich habe keine batterie hat er noch mal mit den hasen entdeckt überhaupt hase war zweite tür dann hase war erster tür das war die zweite tür das heißt es muss auch irgendwo daran dass das muss bei der zweiten tür sein und hier um finden wo das ja die hat mich zweimal zum verstärk entdeckt wir haben alle posten ich bin tot und der zweite ran Heute steht genau bei mir und tötet mich, glaube ich, aber ich habe hier eine Spritze. Okay, dann steh ich kurz. Wo ist denn da noch Ops? Wo ist denn da noch Ops? Oh, man. Ich bin unversteckt. Ich finde das Ogen echt, das ist gut, Sorge. Auf der Erde? Ich bin unversteckt. Ich bin unversteckt. Sorge. Nein, ich habe Dokumente. Ich glaube, da kommen alle. Ich hab die Susten heil. Oh, ich kann noch etwas denken. Alter. Ich werde jetzt zu Hause kommen. Komm zu euch. Ich hab das Auge, aber ich werde verfolgt. F***, F***! Schau! Guck! Dann geh weg, versteck dich da irgendwo in der Ecke, da hinten. Aber alles kommt nicht zu uns durch, warte ich versteck. Da close, be careful. Und noch versteck dich da mal hin du. Kann man, zieh dich da. Da jetzt da. Alles komm her. Und dann machen wir die Tür hinter dir zu. Das geht da. Ich wollte eigentlich den Schlüssel schnell holen. Ja, lass uns mal heilen kurz. Passt. Arbeit heilen uns bitte. Ja. Ich hab nur Spritze Cola. Achso, das verwendet man sich selber. Okay, das ist los. Ich wollte dir das eigentlich gerade in der Heilung wieder auffüllen. Wir müssen in den Raum da rein oder so. Das war lust. Weil? Weil nicht so durch hätte sie helfen müssen. Warte, warte. Auch wenn es wieder zugeht. Das geht ja nur zu, wenn die Kamera dich entdeckt. Wenn die Kamera dich nicht entdeckt, geht doch nicht zu. Das geht ja nur zu. Wenn die Kamera dich nicht entdeckt, geht doch nicht zu. Das geht ja nur zu. Das geht ja nur zu. Das geht ja nicht so. Das geht ja nur zu. Vielen Dank.